Hallo und jetzt sehe ich Willkommen zurück zu Dock so und und mit McDuff hier eben nicht warum bin ich hier ja weil ich habe die Glut gefunden ich habe mit bis ins Aufschirm was ich noch machen werde um und zwar ja ja Jo Christ ich will noch zwei mal die Kiste hier nicht gelootet ist schwere Potzen ja oder äh Waffe durch die schon für durchdringen wählen ähm sprechen ein die von der Staten die Wiener Henschen in die Hände die Sohn Piaus auch 3 okay er reparieren haben nicht verstärken können wir ihn nicht aber ruhig noch erwarten ich hoffe verkaufen Nee, natürlich nicht. Äh, Waffe durchdringen, was ist denn das? Ach, ich kann dem jetzt ein Marqueting hinzufügen. Was ist denn das? Seid ihr Ritterschwert hätte ja... Was ist denn das einfach? Ah, okay. Das ist original. Ah, okay, okay, okay. Was ist denn das? Äh, was ist denn das letzte eigentlich? Keine Ahnung. Äh, und hier... Könnt ihr euch natürlich auch noch hinzufügen. Ja, das geht nicht. Äh, hier Magie zum Beispiel, oder... Das kann man praktisch die Waffen verzauern. Voll geil, wie ich das gemocht habe. Äh, was hat denn die für Waffen? Ist nicht das Katana, das will ich. Vielleicht. Ähm, was gibt's denn hier noch? Scheiß, jetzt muss ich natürlich die Dinge nochmal vergleichen. Ähm, das ist das Uchigate... Uchigate... Äh, das war... Ich muss jetzt die Katanas... Katana und oder sind... Ähm... Uchido Katana. Das Uchigate ist das Normale. Die 220 ist aber auch... 10... 16b. Und das andere war eine Sense. Wo sind denn die Sensen? Stoß, Äxte, Großhämmer, Großhämmer, Speer... Sensen waren, glaube ich, ein bisschen weiter vor... Ah, hier, nein, hier sind sie. Sensen, das wäre dann die... Ne, die ist auf der nächsten Seite. Die Knochen sind sie. 280... 28, 20, 20... Stei-deck-Trochen-Knochen... Ähm... Bla, bla, bla... 280... So... 5... Also, ne, das ist ja die Sense, das ist ja die andere. Das wäre dann das Uchigate... 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 Ähm... Ich weiß nicht, ob ich mich hole. Ich hole mir, glaube ich, die Sense. Weil... Die finde ich ein bisschen geiler. Genauso wie, äh, das habe ich jetzt auch noch herausgefunden... Oh, groß ist die Nitschirben. Soll ich mir kaufen? Ähm... Ne, aber... Wenn ich mal welche brauche... Äh, war für Rüstung verstärkt und zwar die... Heichtschung Blitz... Die Alone-Ritter-Rüstung, wie die hieß, genau. Weil die ziemlich gut... Ich hab den Helm noch nicht. Sieh, ich brauchte nur Titanidscherben und wenn ich die Verbesser, wird die... Ich hole mir nicht auch noch die, äh, Habe-Rüstung. Aber dazu brauche ich Glitzens-Titanid und das habe ich noch nicht. Deswegen hole ich mir jetzt... Zuerst die hier... Was hier... Na, oder die Old... So... Sind die mal bloß fünf, breit dann noch den Helm? Ach, die kann ja auch noch verbessern. Sind die Türke? Ähm... Die ist zwar, wie gesagt, nicht so ganz, wie meine Trangle-Like-Rüstung, aber... Die ist halt, ähm... Leichter... Und, wie gesagt, ich brauche das String-Legzeug, brauche ich die... Nein, ich habe ja das Havelzeug, genau. Bis Havelzeug brauche ich ja... Er glitzende Titanid. Äh, Alone... Sind die... Ah, hier. Plus drei. Hä, wie soll ich da... Zweimal plus drei. Sie ergibt gar nicht schön... Und die hier, genau. Äh, die Eisenmaske ist da heute so auf. Ähm... Schild habe ich... Ich habe noch nie nachgeguckt, ob ich ein besseres finde. Das... Ich werde jetzt auch noch... Ach, ich habe natürlich... Oder? Ah, doch, hier. Loll! Loll! Du blöder Köter. Ich bin jetzt ein bisschen vorbereitet an die ganze Sache. Angegungen. Damit ich einfach... Ja. Ihr wisst schon. Äh... 5000 Seelen... Ich muss mir unbedingt auch ein paar äh... Dinge besorgen. Soll ich nicht die Allover sagen? Die... Ich bekomme mich ja noch die... Ähm... Ja, ja. Äh... Ich will nämlich... Ach, ich habe noch 5000 Seelen. Gut, dann kann ich mir die andere Waffe gleich holen. Äh... Dann hole ich mir... Nee, ist auch egal hier jetzt mit dem... Genau. Des Weiteren... Ich komme mal zu Machula... Oder? Nee, ich geh... Ich hole mir zuerst die... Äh... Waffe. Und zwar... Die... Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die verlorene Festung brauche ich. Nicht Sinderhügel. Die ist... Das Eisenschloss. Es bleibt jetzt gerade... Darf ich noch eine Festung. Äh... Und... Oder? Nee, wo muss ich denn hin? Ach doch! Äh... Wo ist denn das? Dienstbotenquartiere... Stichzle... Weil da gibt's ne Waffe... Weil... Mit die Bosse... Ich weiß nicht ob man da noch sonst machen kann... Aber man kann sich jetzt... Äh... Mit Boss-Zielen... Die Dinger holen... Die Waffe hier... Äh... Waffen... Null! Den hab ich nicht kommen schön... So... Die können versteinern... Loll... Ach... Da ist noch... Ist der noch? Ja... scheinbarer Warnfall aus... Hm... Wieso hat das so viele Bewertungen? Alter Vater... Wir sind sehr bereit... Hm... Wir sind sehr bereit... Wir sind sehr weit genug für den alten König zu haben, ich sehe. Warum nicht jemanden... Drang Lake... Ist das was... Very gut? The cursed one? Of course. The people... In the end... They... So... Very gut. Once people became a woman... They seized anybody they found undesignal. Whoever posed... Even this... Even to... Many Kingdoms... Anything that has been... But then... From the ashes... The flame reignites... And the new Kingdom is born... Hm... It is all... And it is your... Pyramanist... Nein! Nein! Nicht jetzt! Ah... Oh Gott sei... Ich wollte doch handeln! Hm... Ich hab jetzt schon fast vergessen, dass ich aufnehme... Verdammt ey... Wie ein Ding... Franzister... Schredder... Äh... Wo bin ich denn hier? Achso... Ich muss ihm jetzt helfen... Komm schon... Hm... Ja! Ich hab ihn... Okay... Das mich macht... Ich ganz fisch... Okay... Das macht gleich doch ein bisschen mehr... Okay... Blitzschaden gegen die... Was bekomme ich eigentlich wenig... Ha... 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 Zeichen der Tröbe kommen wird doch also... Okay... Ach... Damit hat man ja den... Typen genau... Äh... Äh... Ja... 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 Äh... Äh... Ich hab ihn schon kauf... Was hat denn der denn so? Okay... Ah... Zauber... Handeln... und so kaufte er einmal Schwerter er mehr Schilder okay Prozent 100 kann ich dass sie nicht so vergleichen das hat die Lanzet die oder die Prozent so glaube ich die Sense zu mir Prozent ich bin eh noch drin und zwar Knochen diese kann ich nicht auf 280 verbessern ich muss zwar dafür versteinerte Drockenknochen ausgeben aber 280 ist ziemlich geil oder was war das andere noch die und den Bogen würde ich gerne hergeben also einmal Beiß kaufen einmal die Sense einmal den Bogen ich hoffe ich mache jetzt nicht irgendwie einen Fehler das ist ja auch geil jetzt habe ich schon gekauft ist ja auch schon egal ähm mhm oh okay äh denn ja ja äh habe ich überhaupt genügend Geschicklichkeit wenn wir gerade mal so auf ich glaube schon oder wie gesagt auch ein bisschen mehr aber sieht geil aus des Weiteren port ich mir jetzt zurück nach Machula einfach mal weil da ist ja auch noch der Schmied wegen den kleinen Scherben und den großen Kerben in den Märben des Verderbens des Herzens ja klar was ich hier zusammenreime ähm will ich auch noch die Rüst die Ding verbessern ja ja kann ich nicht und zwar nicht kaufen verstärken was bräuchte denn der Bogen eigentlich das weiß ich jetzt gar nicht ach der macht auch versteinerte Drogenknochen okay äh einmal die Sense kann ich eh nicht mehr verbessern und einmal den Bogen versteinerte Drogenknochen ich weiß gar nicht wie die bekommen steht auch jetzt nicht drin und zwar ja 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 ich will gerne die Sense tauschen oh 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 145 45 78 äh Heide Ritter Schwert wo ist denn das auf 127 wie viel macht das macht 100 197 99 199 199 199 und 8 und 90 199 98 und das macht schon Prozent es war aber das Heide Ritter Schwert war bei den Dingen am besten bei den NPCs aber ich habe zu viel die Sense mal gucken wie die angreift geil ich wollte es schon immer mal so eine Sense das ist voll geil aus voll aber sie hat voll die Reichweite also sie hat voll den hohen Ausschlag ähm gut das hätten wir die Maske müssen uns noch besorgen deswegen lohnt sich das auch eigentlich gar nicht aufzuwerten äh genau wir gehen jetzt was habe ich noch aufgeschrieben Glut 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 ah ja das Harvestet das können wir uns auch noch holen aber jetzt nicht äh ich will noch ich habe nämlich noch was vergessen die Mine bitte obere und okay ich hier gibt es noch eine Estus Scherbe die habe ich vergessen dass wir die auch dass wir jetzt noch acht Dinge haben dann acht Estus Flakons ähm hole ich mir die auch noch schnell äh okay okay